So, hallo hallo und willkommen zu einer Folge von Minecraft Galeradino, genau, ähm, und genau, heute haben wir nämlich folgendes vor, und, äh, apropos, hier, ähm, genau, äh, vor drei Tagen, also, ähm, Dings hier, am Sonntag war ein Livestream, da haben wir relativ viel hier gemacht, actually, ähm, wir haben hier zu einem Ressource weitergebaut, und, wir haben halt, ähm, hier eine richtig coole Scheune gebaut, sieht so aus, ja, das geht eigentlich, sieht richtig cool aus, finde ich, äh, da, ich hab jetzt so eine Scheune gebaut, äh, praktisch, wo hier, ähm, ja, ist, äh, mein gutes, altes, ich weiß, ich weiß, ich weiß den Namen gar nicht mehr, ich glaub, es heißt irgendwie, ähm, Knuffi, genau, Knuffi, das irgendwie heißt das, äh, ja, wie gesagt, äh, ihr könnt doch in deinen Namen hier abstimmen von dem Dings, und, äh, ja, von dem, ähm, Schaf hier, Und, ja, sonst haben wir nicht wirklich gebaut, also, ein Horst, bisserl weitergebaut, aber, das ist jetzt nicht nötig, das Zeigen, auf jeden Fall, ähm, wir haben, ähm, 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 genau, heute haben wir nämlich vor, dass wir hier wieder mal zu, äh, Dulf rüberschauen, ob da irgendwas Neues ist, nämlich keine Ahnung, ob irgendwas Neues ist, hier, ähm, allredy, 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 ähm, soll ich sage ich noch schnell hier den ding ist den guten alten platz für das gute alles scharf hier für das gute alte knuffi oder wieder heißt ja ja ich nehme lieber das schwert hier aus der hand weil sonst hier die dings und ja wie gesagt der folge folge nicht gesehen habe rechts oben hier aus checken wie in live stream auch und ja wie gesagt einfach aus checken werde ich gesehen hat ja was guckst du sie ist komisch und hier ist das wasser ding sie kann einfach das gute alte knuffi hier trinken ich war warum nicht ich glaube ich mache mir gleich ein kräft und der war greifen und dann schild ich habe zu wenig toll ich habe kurz hier holz und das ganze schild weil nicht dass ich name vergesse ich bin zu sich ich weiß nicht aber jetzt habe ich noch einen kraften tippe kraft hat egal ich bin so typ irgendwie richtig viel was irgendwie was vergisst man seid ja auch so könnte auch meine kommentare schreiben ob er auch das sei denn wie ich vergesse voll oft irgendwas aber ja so dann mache ich darauf knuffi 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 ja knuffi was schaust du so komisch sagt ok da irgendwer doch geschrieben leider kann ich jetzt gerade nicht kommentare vom vorigen video anschauen oder obwohl doch ich kann vom vorigen video kann ich die dings warte mal doch ich kann die mindpads meine die mindpads hier mindpads all righty es funktioniert gerade irgendwie nicht das ding jetzt kann gerade keine dings hier anschauen keine kommentare aber ihr könnt trotzdem kommentare schreiben hier und ich sehe gerade wieder hier ist ein guter alter meteor abgestürzt und ihr könnt 1000 kommentare schreiben ich lese alle kommentare was ihr schreibt wirklich alle und es motiviert sich immer wieder auch wenn ihr ein like gebt oder so und nicht abonniert und ja so jetzt zum eigentlichen vom video was wir eigentlich hier machen wollten weil ich kann ja gleich die kaktusfarme abfarmen habe ich nur einen kriegt sind die an ist der andere ja tatsächlich der andere fehlt in die anderen kaktien so jetzt habe ich beide kriegt und ich weiß ich soll ich irgendwie eine kuh einsperren aber was ist da vorne eon das war im livestream noch nicht eon es sind geheime punkt bunker warte mal glaubt er das irgendwie so ein der sinken punkte von den dings waren das licht hier auch ich weiß es nicht und ich habe den weg bisschen besser baut und ja ich glaube dann habe ich hier schon länger baut all right dann gehe ich mal rüber zu den guten alten dings hier sind guten alten dings und genau eins habe ich euch noch nicht zeigt hier in der folgenden folge vielleicht habe ich euch schon zeigt aber noch nicht hier nämlich wenn man hier runter geht habe ich gesagt ja ich zeige euch die spielte später aber ich habe es nicht gezeigt im video sorry sorry dafür aber die tür gehen auch hier raus und hier kann man einfach hier raus ist einfach so ein geheimgang versteht ja das sind ultimative geheimgang das richtig cool man kann ja auch hier gehen aber ja gut da ist nicht wirklich was already ich mal aufs dach und ich rüber zu eon oder was das ist das war ein livestream noch nicht ich weiß nicht was das ist ich packe jetzt was ist das eon 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 war das noch eine buchstabe oder neon neon ok ich habe ich farbe erst mal hier ab hier already ready ich hoffe das sind nicht irgendwelche zombies drin oder so geschießen ich weiß es nicht erst mal hier am bau in the news bambam 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 t ist auch noch etwas jetzt nicht am besten hier drauf gehen hier auf den auf die seeds weil sonst ich kann es hier auch direkt am pflanzer keller wenn ich einfach rechtblick drücke so wir müssen uns irgendwann hier auch ein riesiges feite bauen nämlich dann können wir hier immer so einen richtigen acker oder feld oder so so ein anbaufeld ich weiß ich sage mal in deutschland acker ich weiß es nicht kann auch mein kommentar schreiben hier was jetzt neon 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 grün da bist du wolfine ich mit der regel kurz nicht dass die auch gleich kaputt schlage lol ok was ist das hier ist wolf wer bist du ich bin die dolphine und bin dolfs freundin das ist meine dass ich das hier ist mein einkaufszentrum hier kannst du alles mögliche finden bergte nur das noch im aufbau ist ok einkaufszentrum ist das hier ok also ich kann das kaufen ich glaube das ist noch nicht kaufbar glaube ich was ist das green apple ich lass es mal hier lieber drinnen was bist du steak verschiebt da wenn du das kennt auch in kommentare schreib ich habe nicht genau was ist nein ich will nicht stehlen hier sah also nicht ob das auch so ein sensor hier drinnen hat dazu steak and chips ok steak and chips hatte ich gut an die sagen ganz normales steak ok so was ist noch so zu sagen wer bist du ok die sagt noch dasselbe noch mal ok wo ist dolf dort arbeiten eines sehr großen projektes ok was für ein projekt auch immer ich weiß es nicht so projekt hier gibt es glaube ich nur noch hinten und siehst du mich sehr alter ist glaubst du glaubst glaubst du doch ist auch schon sehr alt weil die aus altes ich hoffe die scan mich nachher nach nach irgendwie nicht aber keine ahnung sieht richtig cool aus hier hat das neon 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 ich so den melonen gewachsen haben ja melone gewachsen all right so hier so eine mailbox ich weiß nicht wo dings ist hier ist auch immer keiner noch da drinnen hier ja ich bin schon nacht ich gehe erstmal hier schlafen ready 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 ich schlafen hier schlafe die schlaf schlaf und eigentlich wird mir heute noch an nach guten alten dinge suchen schlafen 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 es ist doch schon neid oder ich könnte den auch noch irgendwie hier auf so ein abstell dings drauf packen bitte ich will schlafen mister sonne ich will bitte schlafen hier weiß ich meine helm bringt sich irgendwas shift format details a r p r e x e f i l p t rad move speed plus 8 also lol mein speed also da wird man schneller in meinen ok lol und lol ok lol gleich gewusst ich finde immer noch den anblick ja noch richtig schön neben haus mit den schatten und ja jedes wasser richtig cool wie man das wasser hier dings und das was jetzt sieht ein balkon ich glaube ich sollte zumachen den balkon und sich den hier offen lassen es gibt auch solche häuser oder balkone balkone auch hier offen ist da kann ich jetzt schlafen nice ich kann schlafen ok ups erst bin ich wieder aufgestanden kann ich hier schreiben z z z z z z neben früher so geschrieben wie so schlaf ding seid also ich hab lohnt ein anderer bruder hier die race race ich will heute noch dings suchen weil ich jetzt muss wieder einlagern ich wollte mir heute noch irgendwie hier dings weiter gehen in den guten augen wer ist das in den dings hier in die in das dann schon was das ist ja hier sind wir sind ganz bilder zombie schnell weg hier müssen mushrooms also ich mitnehmen soll ich bin nicht der beste flieger hier im hänger also don't worry don't worry und ihr habt auch geschrieben hier ich soll mehr sicher längere folgen machen hier weil die richtig cool findet und wenn schon skaler ist dann länger als gar nicht richtig cool ist ich mag es auch hier wenn ich kommentare hör das kann ich auch cool zu spielen all right ich weiß nicht warum wir den longbow jetzt mit haben so gehen wir mal wieder runter runter die munter darunter so ja wie gesagt ja ich bin gerade im vor produzieren also kann ich keine kommentare vorlesen hier mit mein pad also wie gesagt hier deswegen aber ich lese halt trotzdem die kommentare also von daher so habe ich schon ein bisschen ausgeleuchtet hier ist aber glaube ich keiner mehr ich glaube irgendwo hier vorne okay irgendwo hier vorne ist runter gegangen hier glaube ich ja hier ist runter gegangen gleich unten schauen Tatsache vorne steht noch mit waffe vor der jukebox Tatsache vorne steht noch mit der vorne zu den chest sein mehrere chest all lol hatte die rüstung oder ist es nur gefärbte rüstung hier hallo mr zombie ist nur gefärbte leder rüstung ich baue den spawn erstmal hier ab da bam bam oh du schießt einer ok 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 alles gut ich habe verstanden dass du schießen kannst ich habe verstanden so 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 easy all right so und komm noch mal her und so nein oh jetzt ist es tot nice 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 jetzt hat es keinen helm droppt oder ist das ein helm wo schießt du mich an oh oh da vorne ok das ist das ein ähm arger ja Leute siehst du hier durch der schießt hier durch oh oh ich habe mir wieder irgendwas gedroppt hier ein helm kriegen wir so ein helm alles mögliche hier das ist mir ausleuchten sind wir mehr Monster oh lol da geht es runter da will ich definitiv nicht runterfallen da geht es bis zum bedrock runter vor allem ist der chest ist ein dings ne ich habe kurz dacht das wäre irgendwie ähm eine falle ich habe echt Angst an fallen ich weiß nicht genau in die Kommentare schreiben ob hier ob es hier fallen gibt ok dann hat er ein schild schon so ähm so mag ich kurz hier neue fakaloridinos ähm die guten alten fakaloridinos alright 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 ich stehe wieder nach vorne ich weiß nicht wo mein Gravel ist I don't know oh lol ist ein schluchst ok ist hier ein spawner ich denke nicht ist ein horse armor genau ein horse kann man äh also ein horse er auch was nein ein dings hier kann man auch wieder kann man auch ziehen so ein ähm pferd ist ein netherrack hier ist kloser und kloser kann ich mir mitnehmen actually da nehme ich die kloser und ziehe ich mir einfach mit ich meine warum nicht kloser und kann man immer gebrauchen das gute rote kloser ist wieder so ein spawner wo geht es hier weiter runter anderer weg wahrscheinlich stimmt's denke ich so jetzt schnell craften nicht dass hier nachher wieder zombies kommen facken sind schon wieder gleich aus alright nein ich habe das kloser und das gerade wegschmissen gell ich habe sie schon wieder alles gut alles gut ist gut vorne sind jukebox da kann man sich dies oder so abspielen also das nämlich immer wow oh mein gott habe ich die gerade schrocken ok komm an wieder welche oh mein gott die dings habe ich gerade extrem erschrocken hier blast protection gold spielzecke braucht kein gold und cobblestone kommst du nämlich auch immer hallo skiladron halt es trifft dich aber nicht wow ok ok das nehme ich zurück das nehme ich zurück ich dachte du triffst mich nicht äh was ist das für ein helm aqua infinity aqua infinity ist gut weil ähm ich habe wieder hunger hier gerade aqua infinity ist sehr gut power efficiency ähm ich erst mal ein bisschen was von sowas all right so ähm ähm ich hoffe dass er nicht gleich noch kommt weil ich will nur fertig looter ich will fertig looter 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 so all righty dann hier so bam ähm ähm den rest brauche ich glaube ich nicht pufferfisch vielleicht glaube ich angenehm auch oder oh oh hier kommen wir welche bogen was hier wie soll ich denn ein chest ein bogen instantil hier instantil können wir nachher umwandeln extra in things in äh wie erstes wir können so in instant things in so splash potion umwandeln das geht natürlich kann man hier lang ich glaube hier ist nichts oder hier ist der chest sharpness sharpness ist auch so gut so schmeckt das hier bam 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 bücher bücher tücher ich habe immer komische geräusche äh was ist hier okay hier geht es uns zurück leichte trotzdem mal aus ein chest ein schild ein schild ist gut kann ich mir nebenbei ausrüsten was auch immer das für ein schild 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 farbe things hat clean stone natürlich auch mit ich weiß ich meine warum nicht ja clean stone haben immer gebrauchen clean die clean stone äh da gibt es noch mal weiter runter hier wird schon obsidian oder so ich fange schon mit obsidian an vorne brennt hier müssen enderman ich bau mal wieder auf dass ich hier zu mir kommen ok da geht es runter bbbbb komm her komm her komm her komm her wo ist hier ein dings ein enderman ich habe hier ganz ein enderman gibt es irgendwo unter mir ja brav es geht dass ich schön hier abschieße ab dass ich schön hier töten von mir ein kettenhelm kriegt man auch aus sony jetzt ist schnell rein oh das ist schon wieder eins das kann ich wegschmeißen ein bogen kann ich anwenden also so ein pfeil meine ich weil der enderman stirbt ja gerade irgendwie ähm alrighty oh oh hier sind viele monster spawne ja 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 tatsache hier sind creeper spawne und alles oh oh das ist nicht gut wow das ist direkt neben mir hier sind creeper da sind kettenboots oh oh böse creeper böse creeper böse creeper ok ich habe zugebaut nice that's nice oh oh noch ein skelett ich glaube es kommen hinter mir überall ich brauche nur die pfeile hier ich sehe die kettenstiefel brauche ich irgendwie was soll ich ich schweiß einfach dings weg egal wo spawne warte mal ein babyzaun irgendwo das heißt ich muss unten zubauen ich muss hier drüber kommen ich glaube hier sind chest drinnen glaube ich was ist denn das für ein block quarz quarz brauche ich nicht irgendwie sollten eigentlich chest drinnen sein glaube ich oder ne sind keine chest drinnen anscheinend nicht äh ne ok dann gehe ich wieder hoch hier aber hier funktioniert obsidian an obsidian ist nie gut leute ist wieder so ein villager so ein böse villager äh by the way das hier ist nur wegen in shade dass es so regenbogenfarben ist oh hier ist wieder hab ich nicht ausgeleuchtet all right ähm das heißt ich gehe wieder einfach wieder zurück in hoffnung ist nachher wieder keine zombies spawnen oben da habe ich schon ausgeleuchtet habe meine ich all right aber wir haben ein schild immerhin haben wir etwas hier ein schild wieder hoch da nice ok also haben wir eigentlich relativ viel dings relativ viel ausbeute hier all right dann ist mal wieder die brode brot brot sollte ich oben sein dann gehe ich direkt wieder gleich aufs dach und gehen mit henglider direkt nach hause weil es geht es perfekt aus sogar mehr ist perfekt so dann baue ich einen kleinen ok hier sind teppichen muss ich abbauen dass ich hier hochkommt also ich kann auf keine teppiche irgendwas bauen all right so nice ok ähm fliegen wieder nach hause und genau ich hab gesagt man braucht irgendwie eine komplette rüstung also dass die grüne also einen kompletten drachen muss man killen dass die grüne ist die rüstung also einen grünen drachen muss man killen dann kriegt man grüne schuppen und dann kann man grüne rüstungen bauen ok ok da unten ist auch neon alrighty viele ausbeute hätte gemacht actually ähm dann lege ich hier schnell einen redino ähm alright 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 ähm so 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 ein bisschen rüst wie du rüst rüst willst du unbedingt demnächst hier irgendwie ähm willst du unbedingt demnächst hier irgendwie ähm mehr chess zu machen so 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 äh äh instantil potions irgendwie hier rein das passt schon irgendwie der shotgun armor äh 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 kann ich alles hier rein balleridinos äh bam bam und clean stone kann ich hier in der mitte reingeben clean oh oh cleaner redino stone aber wir haben jetzt feile immerhin ja dann will ich hier mal auch mal sagen an dem punkt lasst ein like und ab für mehr minecraft oh warte was ist das hier für ein chilles was das cool ist äh lasst ein like und ab für mehr minecraft ähm äh äh scarlet hier und ja lasst ein like und ab und aktiviert die glocke für mehr minecraft scarlet hier und ja lasst ein like und ab und tschau